Seid froh, ihr wart im KZ, so seid wenigstens nicht bombardiert worden. Also man hat uns beneidet, dass wir so schön das Leben verbracht haben. Ich bin heute 105 Jahre alt und immer noch am Leben, obwohl ich in meinem Leben schon viele Male gestorben bin. Ich habe vier KZs überlebt, sechs Jahre lang. Ich erzähle meine Geschichte jetzt schon über 70 Jahre und ich bin immer noch nicht fertig. Ich bin so lange nicht fertig, solange es Menschen gibt, die das, was mir passiert ist, leugnen. Ich bin immer noch was. Ich bin immer noch nicht bestなんです. Vielen Dank.